Das hier ist jetzt der neunte Part des Let's Plays. In Part 8 wollte ich jetzt hier schon mal ein wenig die Pyronie glatt machen, da bin ich jetzt nicht fertig geworden, deswegen werde ich das hier weiter machen. Jetzt geht es hier einfach mal Erde bitte, aber da kriege ich auch noch ordentlich Erde. Ich glaube ich werde dann noch die zweite Farbe größer machen. Ich habe mir überlegen, wie groß soll die Pyronie werden? Ich hätte ja wirklich den Part hier erstmal frei machen. Wie groß soll die Pyronie werden? Und wie viele Blöcke soll die Bogen werden? Ich werde erstmal schon mal Sport bereit machen, dass ich hier eine Lüge bauen kann. Das man hier alles auslegen kann, das ist die Erde. Ich muss schauen, wo kommt die Gang. Ah, den habe ich noch. Ich werde jetzt die Erde abgetragen. Die CPU wird stark beantwortet. Das muss wegstehen. Also ein Zimmer, wo man nicht schlafen kann, kann man nachher drei Stunden hier, drei Stunden sollten. Also wenn man so will, will ich die drei Stunden machen. Dann werden dann drei Stunden mindestens drei Stunden ausgesetzt. Und das war jetzt die letzte Schaufel. Und da müssen wir jetzt viele Reihe noch davon machen. Das wäre jetzt die letzte Schaufel. Ich werde jetzt auch müde. Aber ich glaube, das eine Gehege, wo das Ganze komplett fertig gewachsen ist, werde ich das hier machen. Also hier ein neues Gehege brauchen. Und das hier wird einfach zu klein. Und dafür gehe ich noch ein gleich großes Gehege in die Lage rein. Gleiches großes Gehege hier daneben bauen. Hier daneben sollte ein weiteres Gehege nicht stehen. Und das Haus würde ich auch noch ein bisschen höher machen. Wenn wir jetzt kein neues Getreide mehr anbauen. Und das würde ich jetzt schon machen. Ich habe ja noch eine Axt hier. Da liegen jetzt nur die Bäume hier in der Nähe kaputt zu schlagen. Ich bedanke mich natürlich an jeden neuen Abonnenten, den ich dann auch zurück abonnieren werde. Dann werde ich die auch alle zurück abonnieren. Alle, die mich abonnieren, werde ich auch zurück abonnieren. Weil es ist natürlich nicht öffentlich abonniert, weil es ist nicht, wer mich abonniert hat. Also nur öffentliche Abo. Es wird dunkel, also die müssen nicht schlafen gehen. Das Haus könnte ich auch noch umbauen. Und hier sollen auch noch Glasscheiben rein. Weil wir jetzt mal das erste Notfall hauen. Boah, ein Sandstein hier. Da könnte ich da eigentlich jetzt schon anfangen damit. Dann hätte ich irgendwie Lust, jetzt schon mit dem Pyramidenbau zu beginnen. Aber erstmal möchte ich noch ein bisschen mehr Holz haben. Dann werde ich nochmal eine Axt bauen. Und dann nochmal drei Schaufeln. Und in einen Stock werde ich noch zu Fackeln verarbeiten. Dann rufen wir den Stock da. Dann möchte ich auch noch Fackeln machen. Und dann hat der hier auch was gebrannt. Vielleicht Goldfackel. Hier rein damit. Die Erde kommt hier auch rein. Die brauche ich nämlich auch nicht. Oh, die Truhe ist ja schon fast voll. Ich möchte mir eine neue Truhe anschaffen hier noch. Hier sollte noch eine solche Truhe rein. Und zwar diese Axt hier verwenden um. Erstmal alles abzuholfen. Soll ich vielleicht diesen Tag nochmal ab. Soll ich vielleicht jeden Mal für Gehege vorbereiten. Ich glaube, das muss größer werden sollen. Ich glaube, das muss größer werden sollen. Ich glaube, du wirst jetzt auf Gehege entstehen. Ich glaube, du wirst jetzt auf Gehege entstehen. Ich glaube, es ist ja ein... Ich glaube, es ist ja ein... Ich glaube, es ist ja ein... Ich glaube, wir können jetzt schon gut anfangen zu bauen. Wenn ich dann... Lager ein... Ein... Einweisen kann. Ein Lager bauen kann. Lager... Lager... Lagerstockwerk. Lagerstockwerk. Unten soll sozusagen die Art Küche entstehen, die... wo das alles verbrennen... Also... Dass da mehrere Öfen sind, wo ich dann mehr Sachen gleich als ich verbrennen kann. Hm. Oh, er legt so viel rum. Hm. Er hat sich gleich aufgebraucht. Hm. Ich könnte ja eigentlich schon in diesem Part anfangen, das neue Gehege zu bauen. Hm. 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 Der FPS habe ich denn gerade. 50, 40, 50. 50, 40, 50. Ja, das ist ja ganz gut. 50 FPS mit Aufnahme. Ganz gut. Die schwanken so ein wenig. Wie würde ich die maximale FPS einglemmen? Auf 50. Die FPS lecken natürlich. Komm, die lecken auch ein wenig. Ab 30 geht da. Ja. Fühlt sich herausreiten. Boah. Guck mal, da sind die Besetzlinge heraus. Ich könnte ja eigentlich schon... Nein, ich möchte im nächsten Tag anfangen, das wäre nie den Bau. Der wird morgen gemacht. Also morgen werde ich den nächsten Tag machen. Also im Moment ist das so, dass ich einen Part, also einen Teil roten Tag hochladen werde. Hm. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Part Nummer 9. Und das neue Gehege werde ich den besten schnell schon mal bauen, weil... auch so viel Samen übrig habe. Und jetzt muss ich mal anfangen, hier zu bauen. Sobald hier hinten ist nur eine größere freie Fläche. Und einige Sätzlinge auch. Ganz gut, dass ich dann weiteres Holz machen kann. Und zwar habe ich jetzt hier... Die stehen jetzt... Wollen Sie jetzt erstmal wieder auf Sticks machen. Sticks. 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 Mal 31, 16, 18, 18... das reicht nicht mehr natürlich einmal wasser in der nähe und die Lava ist ja auch in der Nähe und die Lava sehen also muss der Zaun ein bisschen hier weggemacht werden ich glaube ich hier gerade noch ein Loch mit Wasser Zaun ist dafür da wir hätten auch jetzt noch ein Gewebe stehen aber da kann ich dann umbauen 1,2,3,4 und dann hier Zaun rum 1,2,3,4 und Zaun 1,9,5... 2,3... 1,9,5,1,2,4,1,4,1,4,1,2,4,2,4,4,0,1,2,4,4,0,1,4,. And думаю lässt, dass der Tree und die combines oddly zu tun Da habe ich hier 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 und hier muss eine Wasserquelle rein. Da habe ich hier 1, 2, 3, 4 und da kommt der Kran dran. Jetzt darf ich nur so ein größeres Gehege. Da habe ich noch einen Hacker dabei, da habe ich noch einen. Einen Hacker habe ich auch noch dabei. Vielleicht muss ich das hier auch mal aufbüllen. Wir sind ja hier 1, 2, 3, 4 und danach im Zaun. Die Zäune werden wahrscheinlich reichen. Ich muss erst mal 1, 2 machen für ein Zaun-Tor. Also, ich muss mal kurz gucken, wie ich schon aufnehme. 14 Minuten, also das heißt, ich werde diesen Tag jetzt, wenn ich, den werde ich jetzt beenden. Ich werde den Tag ein. Ich werde den Tag ein. Ich werde den Tag ein.